Einen schönen guten Abend zu diesem kurzen Video, das sich mit einer Frage auseinandersetzen wird, die wir im letzten Semester diskutiert haben, die wir im nächsten Semester diskutieren werden und vor allen Dingen dann, wenn wir digitale Prüfungsszenarien weiter benutzen wollen werden in mündlichen Prüfungssituationen oder aber auch in Klausursituationen, ist das sogenannte Proctoring, das heißt die komplette Überwachung von Studierenden während der Abfertigung einer Klausur. Ich bin kein Freund davon, das sollte an der einen oder anderen Stelle schon deutlich geworden sein, die TU Dresden untersagt Proctoring konsequent und damit eröffnet sich aber ein anderes Problem, nämlich das der sogenannten Identifikation. Im Moment reicht es an der TU Dresden aus, sich mit seinem zentralen Universitätslogin zu identifizieren, mit dem man auch Zugang zu allen Lernplattformen und zu seiner E-Mail hat und so weiter und so fort und das wird von einigen als nicht so eine starke Schwelle gesehen, um sich zu identifizieren, wenn man an einer Prüfung teilnimmt. Und deswegen gäbe es noch eine ganz einfache andere Option und die will ich heute vorstellen, die ist an anderen Stellen schon diskutiert worden und ist vielleicht auch für die ein oder andere andere Universität interessant. Das Problem ist ja ein wenig, dass ich, wenn ich mir vorstelle, ich sitze mit 200, 300 anderen TeilnehmerInnen in einer Videokonferenz, um eine Klausur abzufertigen und werde aufgefordert, meinen Lichtbildausweis in die Kamera zu halten, gemeinsam mit meinem Studierendenausweis, dann ist es so, dass nicht nur der Prüfer oder die Prüferin alle meine persönlichen Informationen abgreifen kann, sondern auch alle Studierenden, die damit im Raum sind. Und da wäre mir zumindest unangenehm, als Prüfer so etwas zu fordern und möglicherweise wäre es mir als Prüfling unangenehm, meinen Lichtbildausweis zu zeigen. Meine Kreditkarte halte ich auch nicht in die Kamera mit Vorder- und Rückseite. Allerdings, was ich in die Kamera halten kann, wäre meinen Studierendenausweis mit einem QR-Code. Und ich habe das mal semi-professionell vorbereitet, indem ich das Ganze so in die Kamera halte. Das Ganze ist mit einem handelsüblichen Smartphone via QR-Code-Scanner zu scannen und dann einfach aufzurufen. Und das will ich jetzt gerne mal zeigen, was da der Effekt ist. Vielleicht noch mal ganz kurz was an Basisinformationen auf diesem Zettel steht. Also mein Name, die Fakultät und das Institut. Und jetzt wäre es natürlich albern, unter dem QR-Code dieselben Informationen zu hinterlegen. Und hinter dem QR-Code steckt eine Website. Und deswegen würde ich jetzt mal ganz gern auf das Smartphone umblenden. Und zwar eine Website im TU Dresden Kosmos. Das heißt, unter einer offiziellen Adresse, unter einem Shortlink. Und auf dieser Seite, die von außen nicht einsehbar ist, weil sie tatsächlich nicht gelistet ist. Und kann ich Informationen hinterlegen, die weit über das hinausgehen, was ich auf einem Studierendenausweis zeigen oder drucken muss. Und der Zugang kann hier über zwei Möglichkeiten kontrolliert werden. Nämlich einmal, dass nur Angehörige mit einem ZIH-Login überhaupt Zugriff darauf haben. Oder dass zum Beispiel nur Lehrende, also MitarbeiterInnen der TU Dresden Zugriff auf diese Ressource haben. Und ich kann es darüber hinaus mit Passwort verschlüsseln. Und wie dann zu sehen, ist auf dieser Seite mehr hinterlegbar als nur ein Bild, sondern auch textliche Informationen. Hier steht jetzt Testseite für die Identifikation. Und damit kann ich ganz einfach eine zweite, sehr niederschwellige Möglichkeit zur Verfügung stellen, um eine angebotene Identität zu überprüfen. Und das mache ich ganz einfach mit einem handelsüblichen QR-Code, den ich entweder auf einem Studierendenausweis aufdrucke oder möglicherweise, wenn Campus4U aus der Testung in die Nutzung geht, auch auf der neuen Campus-Card. Ich bin gespannt, ob das Ganze trägt, ob der Vorschlag möglicherweise tatsächlich diskutiert wird. Es würde mich freuen, denn es würde uns zwei zentrale Probleme mit einem Schlag nehmen. Nämlich erstens die Frage, wie können wir eine niederschwellige Identifikationsmöglichkeit außerhalb des Lichtbildausweises realisieren. Zum einen. Und zum Zweiten, wie können wir so eine doppelte Identifikationsmöglichkeit realisieren. Nämlich einmal über ZIH-Login und zum anderen über so eine personalisierte, nicht auffindbare, durch Passwort oder ZIH-Login geschützte, personalisierte Seite. Das Ganze könnte man mal schauen, wie weit die Idee trägt. Können wir besprechen, diskutieren. Sagen Sie mir, was Sie davon halten. Vielleicht wollen Sie es selber ausprobieren für eine Bildungseinrichtung, die über keine sehr guten Identifikationsmöglichkeiten verfügt und die vielleicht aber auch nicht vom Proctoring überzeugt ist. Das würde mich sehr freuen. Und das soll es heute gewesen sein. Ich bin ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch.